kann sie auch nicht tragen weil es ein kriegshammer ist ich dachte schon so geil hammer toll kriegs wenn sie einen button kriegt mit kriegswaffen ausrüsten mache ich den sofort ja aber die vier kriegs und talent so stimmt ja eigentlich mehr waffen affinität auswählen können du möchtest ja so jetzt können wir ganz gerne da zu dem schwert gehen aber die adler sind nee ein adler moment hast du gerade durch rastiges langschwer warte mal der ist doch nicht mehr hier ne und du hast gesagt da ist schlüsse gewesen bei ihm oder ist yankee scheibe ach ich weiß warum der hier langgegangen ist weißt du was das doof ist bisschen an den automatisch irgendwo hinklicken und hoffen dass er dahin geht weiß nicht wo lang geht nein ach so warte mal warte mal hier ist er drauf ich habe hier eine reine scheibe mit eingeritzten gisjank hier rum und bei ihnen steht eine übersetzung in die gemeinsprache lage gut nah an der straße aber abgeschieden gebäude wirkt solide befestigt verteidigung minimal weil sich um ein religiöses gebäude zu handeln platzgeräumig unterirdisch versteckt könnte mich leicht hinein schleicht nun entdeckt zu werden erstklassige lagen für eine krippe empfehle jetzt sofortige eroberung im la real dort hier war man kloster was soll ich war noch zu ende sagen weiß was das doof was ich das doof finde an auto im ego hinklicken und gehen das problem ist der springt nicht wenn du das machst wäre geil wenn er automatisch springt wird aber das macht er nicht das war hier gar nicht das wäre ja noch weiter was ich ist hier ausgebuddelt ich gehe gerade zum nest du musst jetzt wenig extra noch nachlaufen ich gehe zu dem schwert und mit normalen macht das ich mal sofort nach ich schätze mal boden glas fenster kann ich zerschlagen direkt und es kommt herren lang schnell 1 10 vielseitig licht ein leuchtenes schwert was macht es ist noch wichtig ist jetzt ich glaube den schlüssel das ist so nehmen können ok jetzt leuchtet die waffe nicht mehr du und master welkin glory ich habe die ganze zeit die falsche rüstung an woher die feld rüstung wieder schatten herz was denn wenn ich das schwert wieder aufs podest draufhege leuchtet wieder und wenn ich versuche das schwert auf ein falsches podest zu legen dann haut es mir auch noch mehr zeremonien waffen die wir aufstellen können irgendwas ich habe nichts gefunden durch kurzschwert kurzschwert ach warte mal doch ich habe doch die kriegs haben wir gerade das sind zeremonien kriegs haben ok warte mal ich komme zu dir jetzt welchen namen der beschreibung das sei jetzt stockholt oder das suchen nö kannst du einfach mal ausprobieren das wäre noch so ein das ist halt der falsche tisch ist denke ich das denn drauf einfach ok das war der freundsch ok ach gucke mal ach der hammer liegt da du kannst hier weitergehen auch weiß die möglichkeiten grenzen sich dann ja wie kommst du da rauf ja anstanderweise sehe ich den hammer genau jetzt du kannst hier weitergehen ach so kommt man da hin und dazu den typen hin da ist irgendein irgendein fächter ist büter des glaubens okay das ist ein lichtgestalt kommst du ach so schon bei mir warte mal willst du nicht damit ich lieber eine kurze rest machen ja das ist zeremonie kriegsachs ich möchte wenn wir die nehmen greift er uns an da war jetzt ein skelett war klauen der rest nicht hat nur eine hohe verteidigung wird nicht klang du kannst du nicht du hast du nicht und gegenseitig mit Vergeltung zu ballern. Ich glaube, ich sollte dich mal aufheben. Vergeltung, Vergeltung, Vergeltung. Ich vergälte deine Vergeltung. Oh, Mann. Ja, warum nicht? Kann man auch so machen. Aber dann... Die letzten Zeilen eines Mönchs. Wow, das wird wieder letztes Zeilen. Wer auch immer dich findet. Dies ist das Tagebuch von Bruder Weller, einem Novizen des Latanda. Ich werde darin den Angriff der Gisjanki auf das Kloster Rosenmorg für die Nachhalt festhalten. Ein paar von uns konnten sich in einem Raum verbarrikadieren und einen Hüter des Glaubens beschwören, der uns beschwützt oder uns im Mindestzeit verschaffen sollte, einen Fluchtplan zu fassen. Bisher hatten wir noch keine dünnende Idee, aber unser Glauben ist stark. Latanda wird uns in der Zeit der Not beistehen. Das ist klar. Sie haben schon länger nicht mehr an die Tür gehämmert. Aber ich kann schwer sagen, ob sie ihren Angriff ganz aufgegeben haben. Wir müssen abwarten, was passiert. Ich wusste, es war zu gut, um wahr zu sein. An Gisjanki ist es gelungen, durchs Fenster zu steigen. Möglicherweise hat ihn der Hüter des Glaubens den Garos gemacht. Aber ich bin sicher, dass noch mehr kommen werden. Das eingeschlagene Fenster bringt mich aber auf eine Idee. Immer noch in der Falle. Gerade ein Brüllen gehört, könnte ein Drache sein. Wenn ja, der Rest des Tagbuchs ist verbrannt. Hm. Bist. Oh, Silberbahn. Sumpfgras. Und da versperrt schon platziert. Die Axt. Habe ich ja. Ich suche gerade der letzte. Was ist hier? Ich grabe gerade ein Grab aus. Äh, jetzt fahre ich mal noch kurz raus, ja? Oh. Krabstein. Oh. Da ist der da noch fehlt. Da ist aber nur ein rostiger Streitkolben drin. Ja. Ich meine, nur auf Zeremonienwaffen noch hast niemand, oder? Vielleicht. Macht eigentlich Sinn, ne? Also das Schwert war bei ihm jetzt drin. Na komm, wir probieren es mal aus. Weil ich würde auch ganz gerne mal mich hier unten mal umsehen. Mann. Wenn ich nicht zu weit weg bin, kann ich mir wirklich ins Inventar senden. Die Statue hat gerade mit mir, die Bürste hat mir gerade mit mir geredet. Okay. Die Zahl der Opfergaben. Okay, die Opfergaben möchte ich jetzt gerade eigentlich nicht lesen unbedingt. Okay, da ist nix drin. Da auch nicht. Wasser ist da drin, okay. Sonst ist hier nix. Barrikade, warte mal. Die Barrikade kann man angreifen? Okay. 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 Was sind wir denn jetzt hier? Alter, das ist voll das Labyrinth hier. Ja. Ach, damit bin ich jetzt... Ah, okay. Was ist jetzt durch? Ölflasche. Irgendwann ist das Kloster Hosen. Ich schätze mal, da geht es dann weiter. Ja, glaube ich auch. Hm. Oh Gott, wie kann ich jetzt zu dir oben klicken? Gar nicht. Muss wahrscheinlich ganz hoch gehen, vor die zu dir hin. Na toll. Ach ja. 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 Ich weiß nicht, da ist ne Büste. Die redet, wenn nur anhand sie vorbeiläuft. Vielleicht möchtest du mal nochmal probieren. Oh. Wobei, warte mal erstmal. Ich leg erstmal die rustige... Was soll der blau her? Leg erstmal die rustige Waffe dahin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das das ist. Äh, das war die. Ja, da in der Ecke, da. Ne. Da liegt doch schon einer drauf. Hä? Wo? Ja, ein unsichtbarer Hammer. Achso. Dann fehlt der hier noch, oder was? Ja, der, der nicht leuchtet. Achso. Äh, achso, ich muss mich wieder aufsammeln. Wie ist der denn da? Was haben wir denn da? Raten des Dämmermeisters. Ein Brief. An den nächsten Dämmermeister. Ich glaube nicht, dass wir dies überleben, aber das Blut ist gesichert. Wir haben es mit Magie versiegelt, nur jemand von uns kann es nehmen. Sollte es jemand anders versuchen, werden die Wände einstürzen und niemand lebendig herauskommt. Sollte dies geschehen, dann betet für Kloster Rosenberg, aber trauert nicht. Es ist besser so. Im Tod entspringt neues Leben, immer da. In das Blut von Lathanda. Das ist interessant. Was machst du? Ich hab das Bild angequaselt, aber ich weiß nicht, ob du das auch schon gemacht hast. Nein. Das Bild untersuchen mit Dämmersteinsaat gekennzeichnet. Die Reconsecration des Monasteries durchgeführt von Dawnmaster Seed. Ach, da hätten wir herausgefunden, welche Waffe wohin kommt. Ja, wahrscheinlich. Gehe ich auch von mal von aus. Ja, der eine hat einen Hammer. Man sieht es ja auf dem Bild. Du klick mal Dämmermeisters Stockholz an, dann müssen dann Streitkolben abgebildet sein. Evensong before the Zenith Day, celebrated by Dawnmaster Stockholz. Kann ich nichts erkennen. Dawnmaster Vasayyed wielding the rest of the inscription in the picture has shattered away. Hm. Dawnmaster Welkingglory beckons for the rising sun in Lathandas Name. Oh. Nee, du hast alles geplündert. Da ist ein alter Schlüssel noch. Oh. Gästebuch. Hm. Hm. Okay. Jetzt ist das Sontes. So. Ja, du darfst springen, wenn ich sage, dass du springen sollst. Ich habe Schlüssel hier. Ich habe auch gerade den Schlüssel von dem Blau her genommen. Mal gucken, ob wir damit auch die Tür öffnen können. Ja, da ist die Wüste. Sagt die Katze mit der Reden? Nee, ne? Nö, ich habe natürlich ja keine Grunde rausgefunden, dass das... Was? Ach so, das war von dir. Your curiosity is getting the better of you. Do not let it. Stay away from the Githyanki. They're hunting you. They want the artifact. They'll stop at nothing to take it from you. Okay. Ich glaube hier mein, mein, äh... mein Typ warnt mich, dass wir uns mit den Githanki nicht irgendwie anlegen sollen. Ah, die wollen halt das Artefakt, was wir dabei haben, ne? Ja. In Schatten, ja. Haben wir da noch dutzende Wege? Moment. Kann man da so viel noch rumspringen? Da unten ist ja auch noch was. Ja. Da unten ist noch eine Truhe. Within the Artefakt of feelings stirrs. Uncertainty. Your curiosity is getting the better of you. Do not let it. Ach, du hast eine Frau? Stay away from the Githyanki. Ach, das ist wahrscheinlich... They're hunting you. Das ist unsere Wächter, ne? Ja, unser Wüscher. with Samister immortalized here for all to worship. Hier ist eine versteckte Passage. Okay. Ich bin in der Krippe. Okay. Wie genau bist du da erst gelandet? Äh, Eingang außenrum. Ja, ich könnte hier in den Kroostabkeller rein gehen. Also, ich glaube, das hat eine gute Idee ist. Ich weiß nicht. Ich hatte auf jeden Fall einen Schlüssel dafür. Ja, ich glaube, dein Schleichwerk könnte vielleicht besser sein. Ja, da sind aber direkt die Stanky, die direkt am Anfang sind. Oh. Ja, hier würde ich davon ausgehen, dass da Wachen stehen. Was war denn da hin? Er muss jetzt überlegen, ob du jetzt zu mir kommst oder nicht. Also, ich habe mal durch die Tür gehen, guck, was passiert. Ich weiß nicht. Lass uns das Weinweg gehen. Okay. Ich habe schauen, wie ich da hinkomme. Die werden eh feindlich sein. Oder sehr schnell werden. Hätten wir jetzt unsere Gesang hier dabei, wäre es vielleicht besser gewesen, aber wir wollen sie nicht dabei haben. Ja, offiziell ist er tot. Ja. Richtig. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Ach. Durch die Tür, oder wo bist du langgegangen? Jetzt geht da was. Du kannst auch das Portal gehen und dann zu mir kommen. Oder so. Bevor du dir jetzt, ja, das ist irgendwie gleich, weiß ich nicht. Hä, wo ist denn die Krippe? Hier runter? Ja, da runter, genau. Da, rechts. Ja, genau. Dann gehst du noch weiter nach rechts, bis du so ranken siehst, also knochige Wurzeln und dann kannst du da runtergehen. Carla. Ja, Hm. Ich möchte ja immer rufstabieren, was sie zu tun hat. Ist so. Carla, spring. Carla, spring jetzt. Warst du schon nicht auf der anderen Seite? Ja, da ist nix. Und da, da war ich gerade komplett. Da war das Grab zum Beispiel auch. Hm. Nein. Jetzt klettert der Abwehr jetzt wieder da hoch. Ist der befeuert. Klettert die Ranken hoch, um von oben wieder runter zu springen. Geil. Oh Mann. Ich bin bereit. Whatever it takes. Da hab ich gar kein viel high trinken. so dann sind wir gut bewaffnet